Yo, was geht ab, Kaspar? Glückwunsch mal! Unsere coolen Schuhe und diese Teute! Das sieht so cool aus! Extrem schnell beim Laufen! Aber erstmal bin ich noch gar nicht schnell! Oh Gott, oh Gott! Muss man klicken? Ne, muss man nicht mal! Man kann klicken, man kann sogar klicken! Ne, man muss aber nicht klicken, bringt gar nichts, oder? Doch, ein bisschen! Du get more speed! Ein bisschen klicken, dann bist du schneller! Okay, aber das Ding ist, das ist ja ganz cool! Warum hast du so viel Dreck? Ich hab 1000! Jetzt kann ich hier direkt ein Rennen machen gegen meinen Kollegen! Guck mal! Ich mach ein Rennen! Wow! Ich hab noch 1 Sekunde gewonnen! Hä? Ich hab noch 1 Sekunde gewonnen! Ich auch! Ich hab noch 1 Sekunde gewonnen! Das ist wie Arm-Wrestle-Simulator! Weißt du, wo wir so sind? Ja, genau! Ah, hier! Bro, das ist ja richtig easy! Ich hab schon 8 Siege jetzt! Kann ich mir jetzt irgendwie ein Haustier holen, dass ich noch schneller mehr Speed bekomme? Ich würd gerne den 4000er hier aufschlagen! Ja, aber schnell! Die sind ja wirklich... Die hat man ja wirklich extrem schnell geschlagen, ne? Und hier? Oh mein Gott! Ich probier jetzt den anderen! Der ist zu stark! Oh mein Gott! Was ist denn das hier? Nein! 300? Hä? Der ist doch zu stark, Digga! Ich glaub's nicht! Ja, der ist doch zu stark! Der ist doch zu schwer! Ich hab mich aber krass gewehrt, Alter! Ich hab krass lang durchgehalten! Ah! Hier kostet ein Ei! Oh! Alter! Ich hab 100 Siege! Hä? Wo hast du denn jetzt 100 Siege her, Digga? Ich prob' ich 100 Siege her! Ich hab auch 100 Siege, sehe ich gerade! Äh, Leute! Haben wir das automatisch bekommen? Ich glaub, durch das Geschenk wahrscheinlich kann so sein, ne? Okay, das kann sein! Okay, dann warte! Ich schau mir jetzt mal ganz aus hier! 25 Siege! Hä? Selten! Elefant! Oh! Oh, Koala! Oh, Koala! Oh, schon 2%! Nein, wieder Koala! Koala! Bitte jetzt mal was krasses! Bitte was krasses! Koala dreimal, Digga! Also echt! Was? Hä? Ich hab schon voll die krassen Tiere! Ich auch! Jake und Finn! Hab ich auch! Wieso haben wir das schon? Hä? Okay, ich geh aufs Laufband rauf! Ich geh aufs Laufband rauf! Ich geh aufs Laufband rauf! Ja, ich geh aufs Laufband rauf! Boah! Ich hab schon 2800 pro Sekunde! Was? 2800? Bro! Ich hab schon 30.000 Speed jetzt! Was? Alter! Ich geh jetzt auch gerade richtig ab! Okay! Wir sind jetzt 2800 pro Sekunde! Ich hol jetzt erstmal den nächsten da vorne! Ich hol jetzt erstmal den nächsten da vorne! Den Level Hard hier! Im nächsten Race! Den hab ich eben verloren! So! Äh! Oh! Ich hab einen Pre-Span! Komm schon! Und los! Bro! Keine Chance gehabt! Der war direkt! Alter! Oh! Keine Chance! So dann der nächste! Der Extreme Profi! Okay! Mal gucken! Extreme Profi! Ja! Und auch der Extreme! Auch der Extreme! Man kriegt 200 Siege! Wenn man gegen den Extreme Profi läuft! Oh! Ich geh gegen Extreme! Komm schon! Und! Extreme Profi! Äh! Ich hab direkt gewonnen! Jaja! Der hat keine Chance! Man gibt 200 Siege oder sowas! Weißt du das hier? 100.000 recommendet! Normal! Der hat ja keine Chance haben gegen mich! Hast du schon über 100.000 oder was? Ah! Nein! Über 100.000 Speed! Hast du über 100.000 Speed? Nein! Das hier hat er dich auch besiegt! Digga! Das läuft doch ohne da über 100.000 Speed zu haben! Der sah auf einmal so schneller aus! Ich hab den jetzt hier geholt! Ich auch! Oh! Ich hab ja 10 Siege sich grad, glaub ich grad bekommen! Oh! 630 Siege schon! Alter! Was geht ab! Äh! Jaja! Ist jetzt auch gerade! Und! Ich guck mal jetzt hier das 125er Ei! Ja! Ein Capybara! Ja! Ich glaub sowas! 1200 Siege bekommst du, wenn du den Final Boss besiegst! Wow! Man kann sich krassere Schuhe kaufen! Seh ich grad! Wie jetzt? Alice! So! Ich hab mal geholt jetzt hier für 50.000! Bring die jetzt mehr! Oh! Die bringt doppelt so viel! Digga! Alice! Wow! Das ist nicht dein Ernst! Ich bin schon bei 300.000 jetzt wieder Speed! Alter! Bei Pink Schuhe oder was? Die Schuhe, ja! Ich hol mir jetzt nochmal 500.000 nochmal neue Schuhe! Die bringen ja übelst viel! Wieso hast du so viele Dinge denn? Wieso bist du bei 300.000? Was? Weil die Schuhe! Hol dir die doch auch die Schuhe! Ach! Ich muss die noch equipen, da? Ja! Ja! Sehr gut! Jetzt guck wie schnell das jetzt geht! Oh mein Gott! Viel viel schneller! Guck mal! Was? Und ich hol mir jetzt gleich für 500.000 die Neuen! Dann mach ich den Race gleich! Oder sind noch Pizzaschuhe und so sehe ich grad, ne? Schuhe! Hier die Orange Schuhe! Zack! Aber warum ist dieser Boss so leicht zu holen, weißt du? Was? Ja, das stimmt schon! Vielleicht müssen wir noch ein paar mal mal Reburse oder so! Keine Ahnung! Ja, das kann natürlich auch sein! Aber es kostet auch nur 2.000, das Reburse! Dann musst du einmal den Final Boss 2-3 Mal holen und dann schon hast du das! Ja, da hast du schon recht! Ah ja! Ich hol dich ja sogar noch ein! Ja! Weil du auch diesen blöden Bonus hast! Junge! Eingeholt! So schnell geht's! Den kann ich gar nichts machen! Ich glaube ich tue einfach nur schneller als du! Nein! Oh mein Gott! Hier gibt's doch richtig krasse Schuhe! Oh mein Gott! Digga! Geh diese Schuhe bitte ab, Alter! Okay, reicht erstmal! Na halbe Million! Ich werde jetzt nur gegen den Final Boss laufen und zwar die ganze Zeit! Ich sag, ich brauche nur 1 Sekunde um gegen den zu laufen! Oh! Und los geht's! Drei! Zwei! Eins! Lauf! Und direkt gewonnen! Digga! Du hast direkt gewonnen, oder was? Man kriegt 2.000 Wins! Okay, ich frage mir jetzt Wins! Ich frage mir jetzt Wins! Oder hol ich mir gleich irgendwie 10 Rebirths hintereinander! Haha! Ja, das ist richtig schlau, das glaube ich zu machen, ne? Ja, das ist okay! Weil ich kaufe jetzt hier die... 4 Schuhe hier! Equip! Ich klebe mir mal ein Getränk! Das bringt jetzt richtig viel, oder? Uh! Die bringen richtig viel! Ich habe irgendwie doppelte Geschwindigkeit jetzt irgendwie! Ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt oder nichts! Ach so! Hast du so ein Getränk bekommen, oder was? Einen Dings? Ich habe auch gesehen, ich habe davon auch schon voll viele irgendwie! Oh! Meist ist ein Glücksrad! Freespin! Wie! Oh mein Gott! Hast du einmal ein Glücksrad bekommen? Oh mein Gott! Davils wie für 5 Minuten? Okay! Hä? Nein! Aber ich habe Davils wie für 30 Minuten! Oh Pepet! Was? Ich habe das seltenste bekommen, was ging! Nein! Oh mein Gott! Was hat... Wie krass ist das? Was kam das? Mal 10, mal 10 alles nochmal! Junge! Alles mal 10? Alles mal 10 mal wieder! Mal 10! Alter Bro! Ich bin so krass überlegt! Boah! Er hat heute richtig Glück Leute! Dega! Krank! Er hat heute übertrieben Glück! Alter! Ich habe leider gar keine Robux mehr sehe ich gerade! Aber sei halt so wild! Ich hole jetzt hier nochmal ein paar neue Pads! Ich bekomme 10.000 auf dem Laufband! Drachen! Capybara! So krass! Noch ein Capybara! Jaaa! Noch ein Capybara! Das Ding ist aber ich glaube selbst das krasseste aus dem krassen Ei ist nicht krasser als 10.000 Boni oder so! Als 10.000 Boni! Glaub ich! Glaub ich auch nicht! Oh Gott! Hier laufen! Los! Ich hole mir jetzt die Schuhe für eine Million! Für eine Million hast du die geholt? Ich habe sie gerade eben schon geholt glaube ich! Achso! Ok! Oder? Ja! Ich habe die Schuhe für eine Million schossen! Für eine Million hast du die geholt? Alter! Da bist du richtig eingelaufen! Schon die ganze Zeit! Guck mal wie schnell ich jetzt weiß! Guck mal wie schnell ich denn! Aber hol dich doch ein! Hol dich doch ein! Hol dich ein jetzt hier! Obwohl du 15% Bonus hast! Ja du holst dich doch auf dich ein! Guck das doch mal an! Alter! Ganz peinlich deine Ansagen! Ja! Nur 100.000 Unterschied! Holst du dich nicht ein? Doch! Ich komme langsam näher! Ja! Nein! 130.000 immer im Unterschied! Ne! 100.000 wäre jetzt im Unterschied! 100.000 wäre jetzt! 100.000 oder 100.000! Langsam aber sicher hol ich dich jetzt ein! Was bekommst du denn oben pro Sekunde? Was bekommst du denn oben? 11.700 und 9.000! Ja da holst du mich ein! Dann musst du mich ein! Ich glaube 9,7 maximal! Ok! Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall neue Schuhe! Zack! Krippen! Und jetzt! Das ist gut! Ich habe jetzt hier auf jeden Fall... Ich gucke jetzt gerade! Boah! Ich bekomme gerade mal 11,3 und du bekommst auch 11! Dann bringen ja die Tiere gar nichts mehr so fast! Was bringen das jetzt hier? Ah! Was denn? Was hast du dir geholt? Ich habe ein neues Geschenk! Ich überlege gerade ob ich mir einfach nochmal... Ich hole mir jetzt hier einfach nochmal das hier! Ja! Der Jake habe ich jetzt gerade bekommen den ich schon als Geschenk habe! Boah ich kriege nur Müll jetzt Digga hier! Ich laufe jetzt noch ein paar Mal! Ich will eigentlich noch einmal re-bursten! 32.000! Ich kriege jetzt 1.400 Wins dafür! Ich glaube ich öffne nochmal ein paar Eier jetzt! Ich bekomme fast 3.000 Wins! Komm schon! Ein paar Mal Eier! Ich re-burst jetzt noch einmal auf 30.000! Ich braue ein bisschen mehr Glück! Legendary! Ja und was bringt das? Ich sag... Die Spyder! 5,9! Ja wie schlecht Digga! Das ist so schlecht! Das war das Beste! Das war mein drittbestes! Ja ok! Na immerhin! Was haben wir für ein Glück, dass wir direkt am Anfang so krasse Dinger bekommen haben! Ich weiß! Ey du hast Jake... Hast du abgeholt das Geschenk, dass du Jake bekommst? Dieses krasse Tier! Ja wir haben doch schon Jake! Das haben wir schonmal? Ok! Genau! Das war unser Jake! Alter ich hab einen mit mal 35, mal 20 und mal 10 ne? So ich muss auch zweimal laufen, dann kann ich... Keine mal reversen! Ok! Was sag ich mal an? Ähm... Da steht da ist ein Final Boss! Oh mein Gott! Was? Ein Final Final Boss? Mit 10.000 Wins! Oh mein Gott! Soll ich das machen? Ja warum haben wir das noch nicht gemacht? Oh Gott! Stimmt! Ok ich hab 30.000 Wins! Ich hab 3.000! Guck ich fahr mehr jetzt grad Wins! Ok! Und in der Zeit mach ich auch noch mal ein paar! So! So! 10.000 Wins! 10.000 Wins! Aber was steht da drüber wieviel Speed man haben muss? Weil dann muss ich noch ein bisschen trainieren auf dem Laufband! Weiß ich nicht! Ich war noch nicht da drin! Wär natürlich peinlich 10.000 zu bezahlen und dann dazu verlieren! Ja! Das kann ich natürlich sagen! Das wär ganz peinlich! Das wär sehr sehr peinlich! Ok! So weiter! Über das Pausen! Nicht nicht erleben wollen! Nee das wär nicht so nice! So hier ist auf jeden Fall aber genug um jetzt zu Dings mhm! Ich kann jetzt auch gegen den Final Boss kämpfen! Ich würd sagen zeig mal her wo ist der! Hier ist das Final Boss! Warte mal hier noch nicht rein! Oder? Weil ich würd sagen lass mal bis auf Laufband trainieren oder? Nein du brauchst 10.000 Zeit! Oh mein Gott! Wir sind so blöd! Was denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier kann man ja viel schneller denkst! Oh mein Gott! Das wurde auch nicht richtig angezeigt! Guckt mal! Egal! Ich rebirth nochmal! Zack! Rebirth! 32.000! Unglaublich! Wir müssen wieder trainieren! Leute wir haben wieder krass trainiert! Wenn ihr wollt dass wir in 2 Partie wollen machen dann lass unbedingt ein Like und ein Abo auf dem Kanal da! Wenn ihr noch nicht Abonnent seid würde ich mich sehr freuen wenn ihr das werdet! Leute ich mach jeden Tag Robotsvideos! Checkt ganz normal wie das auskommt bis zum Ende an! Wir sehen uns im nächsten Video bis dahin und ciao! Ciao!